Das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven Herzlich willkommen liebe Zuschauer zum Stadtgespräch. Wir wollen uns aktuellen städtischen Themen zuwenden. Zum einen wollen wir uns den Leerstand der Wohnungen in München, darüber wollen wir uns unterhalten, stehen in München städtische Wohnungen leer, die eigentlich gar nicht leer stehen dürften. Und dann wollen wir uns auch nochmal dem Thema städtische Krankenhäuser widmen. Und da haben wir heute Abend unseren Oberbürgermeister Christian Ude zu Gast. Herzlich willkommen Herr Ude. Ja, vielen Dank. Bevor wir auf diese beiden Themen eingehen, aktuell würde ich gerne von Ihnen wissen, wie schätzen Sie die Münchner SPD natürlich ein? Glauben Sie, dass sie also dem Koalitionsvertrag zustimmen wird? Sie wird sicherlich Bauchgrimmen haben, denn keiner von uns hat sich eine große Koalition gewünscht. Keiner von uns wollte Juniorpartner von Angela Merkel werden. Aber das ist eine Entscheidung der deutschen Wählerinnen und Wähler. Das hat man als Demokrat hinzunehmen, dass wir keinen Regierungsbildungsauftrag haben. Jetzt ist nur noch die Frage, bringt der Koalitionsvertrag den Menschen etwas, gerade denen, die uns gewählt haben und uns Vertrauen geschenkt haben? Und da sage ich, ja, wir bekommen die Mietenbremse, für die ich seit einem Vierteljahrhundert plädiere. Wir bekommen den gesetzlichen Mindestlohn, von dem wir gesagt haben, das ist unser zentrales Anliegen auf dem Arbeitsmarkt. Wir bekommen Verbesserungen im Wohnungsbau. Auch für die Städte und die Kinderbetreuung wird mehr Geld locker gemacht. Also ich wüsste überhaupt nicht, wie man ein Nein in der Sache begründen soll. Ich bin gerade mit Hans-Jochen Vogel hierher gefahren und der hat noch einmal gesagt, es ist ja wirklich erstaunlich, er hat den Vertrag natürlich von A bis Z gelesen, es ist ja wirklich erstaunlich, wie man bei einer Wahl mit 25 Prozent der Stimmen so viel in einem Regierungsprogramm durchsetzen kann. Der eine oder andere empfindet diesen Vertrag als alt gegen jung, weil die Rente mit 63 ist jetzt möglich, wer 45 Jahre eingezahlt hat. Und auf der anderen Seite ist es eben auch für Mütter, die ihre Kinder vor 91 bekommen haben, die kriegen auch mehr Rente. Wird zu wenig darüber nachgedacht, wie das alles finanziert werden soll? Also natürlich sind teure Vorhaben drin, wie zum Beispiel die Ausweitung der Mütterrente, die aber gerecht ist, weil jedem Stichtag ein wenig Willkür anhängt. Und natürlich kosten soziale Verbesserungen Geld, aber es kann doch keine Rede sein, dass das nur ein Vertrag zugunsten der Älteren ist, wobei Altersarmut ja ein schlimmes Problem in unserer Gesellschaft ist. Es werden Milliarden für den Ausbau der Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt und es gibt eine stärkere Unterstützung der Familien. Also einseitig ist der Vertrag nicht. Nicht teuer, sehr wohl, aber so ist das, wenn man soziale Leistungen gewähren will. Die fallen nie vom Himmel, die müssen immer auch bezahlt werden. Genau und es kommt in einer Zeit, wo die Kassen eigentlich relativ gut gefüllt sind. Und die Frage ist, wie lange diese Kassen so gefüllt bleiben. Und wenn man jetzt sozusagen diese Kosten noch weiter erhöht, dann denkt man vielleicht nur bis 2017, aber darüber hinaus, und das kritisieren eben auch manche, dass es zu wenig Visionen gibt in diesem Koalitionsvertrag. Also was passiert mit der Umwelt, wie müssen wir uns anders verhalten, wie über Bevölkerung, da ist überhaupt zu wenig zu sehen. Also es ist sicherlich kein Vertrag, der den Grünen sehr gut gefällt. So ist das eben, wenn man an einer Regierungsbildung nicht beteiligt ist, dann kann man auch nicht seine speziellen Anliegen und Programmpunkte durchsetzen. Die SPD hat sich zur Regierungsbildung bereit erklärt. Sie konnte in Verhandlungen sehr viel durchsetzen. Deswegen ist dieser Vertrag erfreulich sozial. Das wird sich grundlegend von der bisherigen schwarz-gelben Politik unterscheiden. Und die FDP sagt ja schon, es ist ein reines SPD-Programm. Das ist allerdings eine sehr einseitige Sichtweise. Natürlich hat sich die Union als größerer Partner zu einem größeren Teil durchsetzen können. Aber wie sollte es anders sein? Ja, viele empfinden das gar nicht so, weil man den Eindruck hat, CDU, also Union und SPD sind sowieso schon mittlerweile so nah aneinander gerückt, dass da vieles sowieso schon von vornherein identisch war. Aber gut, trotzdem würde ich ganz gerne von Ihnen nochmal wissen, was glauben Sie denn, wie es ausgeht? Also prozentual. Also wenn man ganz schnell nach dem Wahltag gefragt hätte, wollt ihr eine große Koalition, dann hätte es sicherlich ein überwiegendes Nein gegeben. Aber inzwischen sind ja die Mietervereine in Deutschland, die Gewerkschaften in Deutschland überrascht, wie viele ihrer Anliegen für die Mieter, für die Arbeitnehmer durchgesetzt werden konnten. Und jetzt hat sich auch mancher Pulverdampf des Wahlkampfs verzogen und man prüft, wie es politisch weitergehen soll. Und da gibt es jetzt nach meiner Einschätzung eine solide Mehrheit für diesen Koalitionsvertrag, weil man den Wählern doch nicht sagen kann, der Mindestlohn war für uns das Wichtigste, aber jetzt ist er uns wurscht. Und die Mietenbremse fordern wir seit 25 Jahren, aber jetzt ist sie wurscht. Jetzt ist nur wichtig, ob wir uns wohlfühlen dabei. Politik war nie eine Wohlfühlveranstaltung, sondern immer eine Aufgabe, die Verhältnisse für Menschen zu verbessern. Zu diesem Thema haben wir einen Hörer, einen Zuschauer. Herr Schmale, bitte stellen Sie Ihre Frage. Ja, Schmale, schönen guten Tag. Ich habe folgende Frage, und zwar geht es darum, um diese 45 Jahre Beitragszahlung. So, danach ist also eine Rente ohne Abschläge möglich. Wir sprechen hier über Beiträge. Ich habe also insgesamt jetzt 48 Jahre geleistet, davon aber 18 Jahre freiwillige Beiträge als Selbstständiger in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Meine Frage ist jetzt, weil Sie definieren Beiträge, ob das auch als solcher bewertet wird. Also da haben Sie mich jetzt ganz am kalten Fuß erwischt, weil ich Ihnen die Frage nicht zuverlässig beantworten kann. Ich war ja selber etliche Jahre ein Selbstständiger, der freiwillig weitergezahlt hat. Aber ich kann Ihnen keine Rechtsauskunft geben. Wenn Sie dem Sender Ihre Telefonnummer hinterlassen, bekommen Sie morgen die Antwort. Ich denke, dass jedes Beitragsjahr freiwillig oder pflichtversichert gleich behandelt werden muss. Okay, dann widmen wir uns unserem ersten Thema, und zwar den Leerständen in München. Und dazu wollen wir uns einen Beitrag anschauen. Unter idyllischem Wohnen stellen sich viele Münchner sicherlich etwas anderes vor. Jedoch wahr ist auch, diese zwei Wohnungen in der Ebersburgstraße in Allach stehen seit 1985 und 2001 leer. Unter Umständen will das zuständige Kommunalreferat das Gebäude abreißen und das Grundstück verkaufen. Allerdings ein Teil des Gebäudes steht unter Denkmalschutz. In der Ebersburgstraße 155 gibt es gar keine Wohnungen mehr. Da gibt es schon seit dem Jahr 2002 ein sogenanntes Negativattest. Das heißt, diese Räume gelten nicht mehr als Wohnung und können auch als Wohnung nicht mehr vermietet werden. In diesem Fall gibt es eine Reihe von Anträgen aus der Bürgerschaft, aus dem Bezirksausschuss, die im Ergebnis auf eine kulturelle Nutzung dieses Anwesens hinauslaufen. Paradox. In einer Stadt, in der Wohnraum ein Vermögen kostet, stehen Wohnungen leer. Studenten und arme Familien suchen händeringend eine Bleibe. In der Goyerstraße sollen 14 Wohnungen seit mindestens 2010 leer stehen. Erst jetzt sollen sie saniert werden. Also es ist ein völliges Verwaltungsversagen der Stadt München, dass sie über Jahre keinen Überblick über Immobilien, über Wohnungen, über Grundstücke hat. Und es dauert viel zu lange, bis wirklich da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Mit diesem Video im Internet beweisen Aktivisten, wie eine Wohnung in der Müllerstraße kostengünstig nutzbar gemacht werden konnte. Die Stadt reagierte dieses Mal prompt. Ja, wir haben jetzt in der Müllerstraße 6 zum Beispiel mit einfachsten Maßnahmen eine Unterbringung von Wohnungslosen durch das Sozialreferat hingebracht. Das ist so nicht ganz einfach. Das sind keine Wohnungen, die man auf dem freien Markt vermieten kann. Aber immerhin sind diese Räume jetzt gut genützt. Wohnen im Angesicht der Staatskanzlei. Im Anwesen in der Pilottistraße 8 wohnt offensichtlich noch eine ältere Dame. Sie ist hier geboren. Die Stadt hat das Haus geerbt. Es gehört zum Grundstockvermögen der nicht rechtskräftigen Stiftung Wohlfahrtsfonds. Beim zuständigen Sozialreferat heißt es schriftlich, die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen lassen sich nur im freigemachten Zustand realisieren. Aufgrund der zentralen Lage und der sehr niedrigen Bestandsmieten ist eine Freimachung schwierig und langwierig. Bis Ende November sollen Entscheidungsvorschläge erarbeitet werden. Versteht, Sanieren ist für die Stadt oft nicht so einfach wie erwünscht. Es hängt schon damit zusammen, dass wir nach den sozialen Verpflichtungen, die wir uns selber auferlegt haben, beispielsweise keine klassischen Entmietungen machen. Die Stadt, wenn sie ein Haus leerräumen muss, um zu sanieren, um eine Komplettsanierung zu machen, wird Mieter nicht einfach vor die Türe setzen, sondern wird immer sich erst bemühen, dass Ersatzwohnung geschaffen wird und dass man im Einvernehmen mit den Mieterinnen und Mietern eine Umsetzung macht. Das dauert sehr viel mehr Zeit. Private tun sich das ja viel leichter als wir. Helfende Gorillas scheinen da leider nur gelegentlich Früchte zu tragen. Seit es dieses Video gegeben hat, hat sich was getan. Das heißt, es sind 174 Wohnungen ungefähr in München, die leer stehen. Um es einfach mal von vorne aufzurollen, wer hat es verbockt? Also so einfach ist es nicht. Es sind Sündenfälle passiert und einige haben wir gesehen. Gerade die Pilotistraße, das will ich in keiner Weise beschönigen. Aber man muss zunächst mal klarstellen, leerstehende Wohnungen hat es immer gegeben und wird es immer geben. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil der Mieter wechselt, da muss der Vermieter die Wohnung wieder herrichten, die Schönheitsreparaturen leisten, bei uralten Mietverhältnissen sogar noch die Leitungen unter Putz legen oder das Badezimmer neu krachen. Und dieser Leerstand ist absolut nicht zu beanstanden. Der führt aber manchmal zu den hohen Zahlen. Und der zweite wichtigste Grund ist, dass bauliche Maßnahmen bevorstehen. Also wenn ein Haus baufällig ist und abgerissen werden soll, dann machen wir keinen Kündigungsprozess und keine Zwangsvollstreckung, sondern wir versuchen für jede Mietpartei eine Ersatzwohnung zu finden, die angeboten wird, was sich endlos lange hinziehen kann. So, das sind die Fälle, die ich absolut verteidige. Und das ist die große Masse. Und jetzt kommen die Fälle, die wirklich ärgerlich sind, die nicht zu rechtfertigen sind, wo sich das jahrelang hinzieht, ohne dass etwas passiert. Da würde ich sogar Herrn Matta zustimmen, da liegt Verwaltungsversagen vor. Und wenn wir jetzt mal in die Verwaltung reingucken, wo liegt da Versagen vor? Das ist auch wieder unterschiedlich. Nicht bei den Wohnungsbaugesellschaften, die ja eine große Erfahrung haben und durchaus handlungsfähige Hausverwaltungen, die auch viele Baufirmen und Handwerksbetriebe bei der Hand haben. Und wir haben ja vor einigen Jahren beschlossen, den gesamten Wohnungsbestand bei den Wohnungsbaugesellschaften zu sammeln. Wir haben daneben aber eine Zuständigkeit gehabt des Kommunalreferats für die unmittelbar der Stadt gehörenden Wohnungen. Und da gab es die geschilderten Einzelfälle, die sich lange hingezogen haben. Und wir haben eine städtische Stelle, die sich besonders schwer tut. Das ist die Stiftungsverwaltung im Sozialreferat, die ja nicht nur alle Gesetze und Stadtratsbeschlüsse beachten muss, sondern auch den Stifterwillen. Und da gibt es oft schwierige Zielkonflikte. Damit haben Sie sich jetzt natürlich auch ein bisschen verteidigt, aber das Sozialreferat hat ja eigentlich schlussendlich auch gesagt, dass da was schiefgelaufen ist. Bei den Zielkonflikten hätte man es nicht belassen dürfen, sondern man hätte zum Beispiel in der Pilotistraße sagen müssen, wenn die Stiftung kein Geld hat für die Sanierung, die Sanierung aber notwendig ist, um die Wohnungen wieder bezugsfertig zu machen, dann muss ich das nach oben melden an die Referatsleitung oder an die Stadtspitze. Ich habe hier ein Problem, mit dem werde ich nicht fertig. Stattdessen hat es einfach mehrere Jahre Leerstand gegeben, ohne dass es an die Referatsleitung ging, ohne dass es der Stadtspitze gemeldet wurde. Und das geht einfach nicht. Man hat auch ein bisschen Angst vor dem Wort Luxussanierung gehabt. Also das sollte man in dem Fall vielleicht auch nicht haben. Also das hätte in dem Moment die Sache eher geholfen, wenn man das halt auch für ein bisschen mehr Geld renoviert hätte. Also das Wort Luxussanierung ist völlig unangemessen. Die Stadt hat nirgendwo Luxussanierungen durchgeführt oder auch nur geplant. Aber natürlich wird bei einer Instandsetzung, wenn ich mit dem eingesetzten Geld Rendite erwirtschaften muss, was ja bei Stiftungen der Fall ist, die Situation sehr schwierig. Man müsste in der Pilotistraße auch nach unseren neuesten Gutachten weit über eine Million Euro einsetzen. Das kommt durch die Miete in sieben Wohnungen nicht mehr herein. Also hier muss ich einen Geldgeber finden, der sich engagiert, oder ich muss die Forschgaben des Stadtrats lockern. Okay, wir wollen Frau Falissi in die Diskussion einbinden. Bitte stellen Sie Ihre Frage an Herrn Ude. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich bin die Frau Salihi. Ich habe da mal eine Frage. Ich bin eine Mama, die wohnungslos ist sozusagen. Und mein Kind ist sogar krank. Der hat Möbius-Syndrom. Und seit zwei Jahren warte ich auf eine Wohnung. Und ich habe nichts bekommen. Und ich wohne mal da, mal da. Und das große Problem ist, wo ich wohne, mal beim Schwager, mal bei meiner Mama, ist alles Schimmel und die Wohnung ist sehr klein. Und ich wollte den Herrn Ude fragen, ob er irgendwie mir helfen kann, eine Wohnung zu finden. Weil das ist echt ein großes Problem. Und ich weiß nicht, wo ich weiter hingehen soll. Ja, ich kann Sie nur bitten, jetzt gleich, wenn Sie noch mit dem Telefon des Senders verbunden sind, mir Ihre Telefonnummer zukommen zu lassen. Ich denke, dass Sie ja auch bereit wären, ein befristetes Mietverhältnis einzugehen. Also für ein halbes oder ein ganzes oder eineinhalb Jahre. Dann werden wir ganz sicher etwas finden. Denn in vielen Fällen heißt die Antwort tatsächlich Zwischennutzung. Es ist verständlich, dass manche baufälligen Häuser vollständig geräumt werden müssen. Und dann eben Platz machen für neue Sozialwohnungen zum Beispiel. Aber das darf sich nicht über Jahre hinziehen. Wenn es aber absehbar ist, dass es noch ein, zwei Jahre dauert, dann kann man eine Zwischennutzung aufnehmen. Okay, wir haben noch eine Anruferin. Frau Nowak, wenn ich den Namen richtig verstanden habe. Ja, haben Sie richtig verstanden. Ja, meine Frage ist, die geht da hinaus, dass es heißt Mindestlohn. Ah, wir sind schon ein Stück weiter, aber stellen Sie Ihre Frage. Ja, wie sollen wir in München noch die Wohnungen bezahlen, wenn es 8,50 Euro ist? Hallo, der Quadratmeter kostet 11,20 Euro mindestens. Also die teuren Wohnungen belasten natürlich viele Münchner. Ja, also deswegen ist es ja so wichtig, dass es Wohnungsangebote gibt für Menschen mit geringerem Einkommen. Da kümmert sich die Stadt selber drum. Wir haben 60.000 städtische Wohnungen, die nach einem sozialen Mietenkonzept vermietet werden. Wir versuchen, diese städtischen Bestände aufzustocken und das gelingt auch. Wir kaufen jetzt auch Wohnungen dazu und wir bauen wie seit vielen Jahren nicht mehr, um die Wohnungsbestände zu erhöhen. Und außerdem hat gerade der Koalitionsvertrag jetzt auch eine verstärkte Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus und des genossenschaftlichen Wohnungsbaus beschlossen. Wenn das in die Tat umgesetzt wird, dann kann man auch mit verstärkter Neubautätigkeit rechnen. Und zwar gerade für untere Einkommensgruppen. Jemand, der auf den Mindestlohn noch wartet, weil er weniger verdient, der kann sich tatsächlich auf dem frei finanzierten Wohnungsmarkt nichts leisten. Lassen Sie uns noch einmal kurz zu dem Sozialreferat zurückkommen, wo also jetzt wirklich erkannt worden ist, da ist ein Fehler passiert. Inwieweit wird denn da jetzt von Ihnen Druck ausgeübt, dass sich da was verändert, dass da jetzt auch Dinge vorangehen? Also als der Vorgang Pilotistraße bekannt wurde, wirklich vis-à-vis der Staatskanzlei hinter Bäumen mit Blick ins Grüne, da haben alle im Rathaus nicht verstanden, wie so etwas einige Jahre hat dauern können. Aber es ist ja uns genauso wenig mitgeteilt worden wie dem Stadtrat oder den Medien. Wir haben es alle in den vergangenen Jahren nicht gewusst, sondern erst in diesem Jahr erfahren. Hier brauchen wir ganz schnelle Antworten, die habe ich schon Anfang März angeordnet. Wenn kein baldiger Baubeginn absehbar ist, dann muss es versucht werden, Zwischennutzungen zustande zu bringen. Und das wird zum Glück jetzt auch praktiziert. Jetzt gab es noch weitere Vorwürfe, dass also bekannt war, dass Wohnungen leer gestanden haben und dass die Stadt sich da in einer Art und Weise verhalten hat, wie man es eigentlich gar nicht darf. Und dazu wollen wir uns kurz einen Beitrag anschauen. Prominente Aktivisten sorgen für Bewegung auf dem Münchner Wohnungsmarkt. Leerstehende Wohnungen in der Landeshauptstadt, das ist doch paradox. Prompt reagiert die Stadtspitze und findet eine Zwischenlösung für die Wohnungen in der Müllerstraße. Auch für die immer noch leerstehenden Wohnungen scheint der Oberbürgermeister Maßnahmen im Petto zu haben. Klingelschilder und Hausmeisterbegehungen sollen für einen belebten Eindruck sorgen. So jetzt die Vorwürfe. Peinlicher geht es gar nicht, wie das Verhalten hier der Verwaltung läuft und der Stadtregierung. Wir wissen seit Monaten, dass wir Leerstände haben. Und dann muss ich doch alles tun, um diese Leerstände zu beseitigen. Aber nicht, um Klingelschilder zu putzen und den Eindruck zu erzeugen, da würde noch jemand drin wohnen. Das ist wirklich täuschen, tarnen und vernebeln. Bei der Durchsicht des Protokolls ist mir eben aufgefallen, dass eben mehrmals das Wort entsprechend drin stand. Und wenn man die Diskussion nicht verfolgt hat, dann kann man einfach nicht wissen, wie das entsprechend gemeint ist. Es ist Auslegungssache. Ich möchte auch gar nicht wissen, was jetzt wortwörtlich da wirklich drin steht. Ich denke, wichtig ist, dass wir den Leerstand angehen. Fest steht, offensichtlich haben die prominenten Aktivisten den Münchner OB-Wahlkampf mit einem weiteren Thema belebt. Herr Ude, haben Sie angeordnet, dass die Klingelschilder sauber gemacht werden, dass der Eindruck von außen entsteht, dass da jemand drin wohnt? Das ist wirklich unglaublich, wie der CSU-Kandidat Josef Schmidt die Tatsachen ins glatte Gegenteil verkehrt. Wie ich wirklich agiere, ist ja allgemein bekannt. Wir haben die Wohnungsleerstände bekannt gegeben und zwar im Februar. Wir haben Transparenz hergestellt und nur deshalb konnten sich Protestgruppen einzelne Wohnungen vorknüpfen, was sie Gott sei Dank getan haben. Und im Fall Müllerstraße, das war die Aktion am 5. März, haben wir festgestellt, dass viele Wohnungen als unbewohnt wirkten, weil es weder ein Klingelschild noch ein Namensschild gab. Und selbst die Künstlergruppe hat geglaubt, dass da viele Wohnungen leer stehen, in denen aber wirklich seit Jahren Familien wohnen. Und deswegen habe ich das Diskussionsergebnis der Referentenrunde zusammengefasst, dass unbedingt bei vermieteten Wohnungen auch ein Klingelschild und ein Wohnungsschild darauf hinweisen muss, dass hier ordentliche Mietverhältnisse bestehen und dass kein verwahrloster, unzutreffender Eindruck erweckt wird. Also das ins Gegenteil zu verkehren, wie es zwei Zeitungen leider getan haben, das war schon ein starkes Stück. Und Herr Schmidt versucht jetzt, diese Umdrehung weiterhin zu verkaufen. Okay, sagen Sie, da gab es ja dieses Meeting, aus dem daraus zitiert worden ist. War das eigentlich ein geheimes Meeting oder gibt es da einen Maulwurf, der das nach draußen befördert hat? Es ist ganz klar, es ist die Referentenrunde, also etwas hochgestochen könnte man sagen, die Kabinettssitzung der Stadt, die war im März. Kein Mensch hat diese Zusammenfassung der Diskussion so verstanden, wie Herr Schmidt es jetzt als Parteipolitiker darstellen will, sondern alle wussten, was das Ergebnis ist, kein dauerhafter Leerstand, Zwischennutzung, wo immer es geht. Aber wo Wohnungen vermietet werden, muss man das auch dem Haus, dem Klingelschild, der Wohnungstür ansehen. Keine Verwahrlosung vortäuschen, wo sie in Wahrheit nicht besteht. Kein einziger Teilnehmer, auch kein Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaften hat es anders verstanden. Das ist erst ein halbes Jahr später jemandem als Gag für den OB-Wahlkampf eingefallen. Aber Ihr Koalitionspartner, die Frau Nallinger, die macht auch den Eindruck, als würde sie das nicht eindeutig verstehen. Sie war ja nicht bei der Besprechung dabei. Sie hat nicht mitbekommen, dass wir über den Fall Müllerstraße geredet haben, wobei vermieteten Wohnungen sowohl das Klingelschild als auch die Wohnungsbeschilderung fehlte. Aber allen Teilnehmern war bekannt, dieses ist ein zusätzlicher Missstand, der behoben werden soll. Okay, Frau Schaller, herzlich willkommen. Bitte stellen Sie Ihre Frage an den Oberbürgermeister. Herr Ude, in der Frage zu leerstehenden Wohnungen, also ich kann es nicht nachvollziehen, dass man Häuser verkommen lässt und dann teures Geld investiert, dass man diese leeren Wohnungen oder Häuser nicht an die wirkliche Notstehende, Studenten und Studentinnen und Auszubildenden zu günstigen Preisen vermietet, damit diese Häuser nicht herunterkommen. Also ich selber bin in einem Haus von katholischen Vereinen, wir führen das Haus in Ehrenamt, vermieten 78 Wohnungen an Studentinnen, also das ist ein Frauenheim, wirklich für günstige Miete und wir kümmern uns, wie gesagt, unser Vorstand ehrenamtlich um das Haus, damit es bestehen bleibt in Münchner-Neuhausen, also das ist in der Ruppini-Straße. Danke für die Frage. Ja, hier wird ja der Eindruck erweckt, als ob unglaublich viele Wohnungen leer stünden und die Stadt aus unbegreiflichen Gründen sie nicht vermieten würde. Ich sage es noch einmal, die Stadt besitzt 60.000 Wohnungen mit steigender Tendenz, die alle vermietet werden zu günstigen Bedingungen. Aber bei 60.000 Wohnungen gibt es immer ein Prozent etwa, das sind dann 600, die erneuert werden müssen. Das ist bei einem über 100 Jahre alten Wohnungsbestand, den wir auch haben, vollkommen selbstverständlich. Und wenn ich ein Haus wie zum Beispiel dieses kleine Zweifamilienhaus, das gar nicht mehr bewohnbar ist, durch sozialen Wohnungsbau ersetzen will, dann muss das Haus leer sein. Und wenn ich einen Altbau mit völlig neuen Steigleitungen, mit neuen Elektrokabeln, mit neuen Sanitäreinrichtungen, vielleicht auch korrigierten Grundrissen umbauen will, muss das Haus leer sein. Hätten wir da noch drei Mietparteien drin, hieße es, jetzt vergrault auch die Stadt ihre Mieter und behandelt sie schikanös. Auf der Baustelle kann man nicht leben. Also einen Leerstand wird es immer in diesem Ein-Prozent-Bereich geben, bei jeder privaten Wohnungsgesellschaft übrigens genauso. Schlimm und unverzeihlich ist es nur, wenn der Leerstand nicht ein Jahr bis zur Sanierungsmaßnahme dauert, sondern sich jahrelang hinzieht. Und da stimme ich den Kritikern zu, das darf nicht sein. Aber da reden wir über ein paar Dutzend Wohnungen in München und nicht über Hunderte oder Tausende, wie ich bei der öffentlichen Diskussion manchmal den Eindruck habe. Also Goldgrund spricht ja maximal von 175 und da werden sicherlich auch viele dabei sein, die Sie erwähnt haben, die also dann auch renoviert werden. Wir haben noch eine Anruferin, Frau Boffka, wenn Sie bitte Ihre Frage stellen würden. Ja, guten Abend, vielen Dank. Wir wohnen in Allach unter Menzing, wo es ja bekanntlicherweise viele junge Familien mit Kindern gibt. Und wir würden sehr gerne ein Haus bauen. Wir haben einen riesengroßen Garten, den wir nicht brauchen. Wir wohnen hier in einem Einfamilienhaus und wir könnten das Haus wunderbar an eine junge Familie vermieten mit drei oder vier Kindern. Und vor allem würden wir gerne im Garten ein Haus bauen für mich und meine Tageskinder. Ich bin nämlich Tagesmutter hier in München, in Allach unter Menzing und es weiß ja jeder, dass sehr viele Kindertagesplätze gesucht werden. Und ich kann fünf Kinder aufnehmen. Ich bin hier ein bisschen eingeschränkt und wir würden gerne bauen, aber leider wird der Bau durch diesen Gummiparagrafen 34 verhindert. Wir hätten eine wunderbare Einfahrt. Also man könnte hier fantastisch bauen für eine junge Familie und für mich und meine Tageskinder. Und ich wollte Sie fragen, Herr Ude, an wen wir uns wenden können, dass diese Baugenehmigung erteilt werden kann. Also ich kann jetzt hier keine Genehmigung aus dem Ärmel schütteln, ohne die Sachlage genau zu kennen. Aber Sie sind bei mir schon an der richtigen Adresse. Schreiben Sie mir einfach Christian Ude Rathaus genügt und dann werde ich sehen, was sich hier machen lässt. Interessanterweise wird ja die Stadtverwaltung nur aus dem entgegengesetzten Grund kritisiert, dass sie angeblich bei Paragraf 34 Baugesetzbuch, das ist die Bebauung der Umgebung, die Maßstab ist für ein einzelnes Grundstück, das sich in dieser Umgebung befindet, dass sie da viel zu großzügig sei. Deswegen gibt es doch die Bürgerinitiativen gegen Baurecht, gegen Verdichtung, weil der grüne Charakter der Umgebung erhalten werden soll. Aber wenn Sie der Meinung sind, bei Ihnen sei ein großes Grundstück vorhanden, das noch eine Bebauung in verträglicher Weise ermöglicht, dann schreiben Sie mir bitte persönlich, ich verspreche Ihnen, mich um den Fall zu kümmern. Was rauskommt bei der Überprüfung, kann ich natürlich nicht versprechen. Also was man wirklich feststellt ist, dass die Sensibilität gerade in unserer Stadt gegenüber leerstehenden Wohnungen ungeheuer hoch ist. Also in anderen Städten, da stehen viel mehr Wohnungen leer und die würden sich freuen, wenn sie unsere Situation hier in München hätten. Aber da wiegt eben eine Wohnung hier in München so viel wie, ich will das jetzt nicht beziffern, aber deutlich schwerer als in einer anderen Stadt. Liebe Zuschauer, wenn wir zurückkommen, dann wollen wir uns nochmal den städtischen Krankenhäusern widmen, wo sich doch jetzt große Veränderungen abzeichnen. Ja, ich unterhalte mich mit dem Oberbürgermeister Christian Ude über die städtischen Krankenhäuser. Herr Ude, jetzt sind Sie noch gut vier Monate im Amt und haben sich noch ein ganz schweres Amt aufgehalst. Sie sind jetzt im Aufsichtsratsvorsitzender der städtischen Kliniken. Immerhin ein Defizit in diesem Jahr von 48 Millionen. Im Jahr 2012 haben Sie über 200 Millionen nochmal zugeführt bekommen als Eigenkapitalerhöhung. Das ist natürlich ein riesiges Gewicht, was Sie da jetzt stemmen müssen. Wie wollen Sie das angehen? Ja, das habe ich ja schon angefangen. Es ist tatsächlich so, dass Ende Oktober erstmals bekannt geworden ist, dass auch das laufende Sanierungsprogramm nicht den gewünschten Erfolg bringt, sondern scheitert und dass das Defizit weiter wächst und dass sogar eine Insolvenz droht, wie die Geschäftsführung Ende Oktober erstmals bekannt gegeben hat. Und in dieser Situation musste tatsächlich die Stadt als Gesellschafterin, wir sind ja allein Eigentümer der städtischen Krankenhäuser, die Geschichte in die Hand nehmen. Und deswegen habe ich einen Lenkungskreis gegründet, in dem die Betreuungsreferate der Stadt, Kämmerei und Gesundheitsreferat, aber auch die Geschäftsführung des Klinikums und externe Experten zusammenarbeiten, um ein Sanierungsprogramm ganz schnell zu erstellen, das tatsächlich die Zukunft des städtischen Klinikums sichert. Und dann habe ich auch den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen, weil da nicht zwei nebeneinander herarbeiten sollen, sondern jetzt alles in einer Hand vereint sein soll. Das Ganze ist jetzt Chefsache. Und jetzt gibt es natürlich die verschiedensten Ansätze, wie man es machen kann. Also können Sie sich eine Halbprivatisierung vorstellen? Nein, es geht nicht um Privatisierung. Es geht darum, dass das Klinikum ganz schnell die Insolvenz abwenden muss und dass es eine Perspektive braucht, in Zukunft wieder schwarze Zahlen zu schreiben, weil wir nur dann städtisches Geld zuschießen dürfen. Und da habe ich schon in meiner Haushaltsrede gesagt und werde es in den nächsten Tagen sämtlichen Mitarbeitern persönlich schreiben. Natürlich ist mit Einschnitten zu rechnen. Man kann nicht die Entwicklung laufen lassen und hoffen, das dicke Ende werde ausbleiben. Das dicke Ende steht vor der Tür, wenn wir nicht beherzt handeln. Was heißt beherzt handeln? Ich kann es nur mit drei Schlagworten sagen, die mit Sicherheit auf uns zukommen. Es wird die Bettenzahl reduziert werden müssen. Es wird auch die Zahl der Fachabteilungen reduziert werden müssen. Und es wird nicht jeder Standort, wir haben vor allem vier Großkrankenhäuser, im bisherigen Umfang erhalten bleiben. 75 Prozent der Kosten sind Personalkosten. Entnehme ich Ihren Aussagen, Ihren drei Punkten, dass damit auch Personalschnitte gemacht werden müssen? Es ist selbstverständlich, müssen die Personalkosten, die übrigens jeden Vergleichswert in der deutschen Krankenhauslandschaft übertreffen, reduziert werden. Und da gibt es die Instrumente, nicht überall alle Fachabteilungen anzubieten, sondern sich auf ein bestimmtes Profil in den verschiedenen Häusern zu konzentrieren. Es gibt die Notwendigkeit, Betten abzubauen. Und dadurch werden auch Personalstellen reduziert werden, was aber zunächst im Wege der Fluktuation ausgeglichen werden kann. Sie haben ja einen anerkannten Münchner Banker mit in Ihren Beraterkreis geholt. Trotzdem weiß man, dass Banken im Moment nicht bereit sind, den städtischen Krankenhäusern Kredite zu geben. Wie will man denn dann das überhaupt schaffen, wenn man kurz vor der Insolvenz steht, dass dann eben doch noch neues Geld zugeführt wird? Also solange man vor der Insolvenz steht, bekommt man von keiner Bank Kredite. Und der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse, Harald Strötgen, wird uns Ratschläge geben, wie wir erst die Insolvenz abwehren. Dafür sind Einsparungen erforderlich, da Mehreinnahmen offenkundig nicht so schnell wie erhofft erzielt werden können. Und dann muss eine Sanierungsperspektive bestehen, die Vertrauen schafft, dass das Unternehmen die Kurve kratzen kann. Dann darf die Stadt auch wieder Geld zuführen. Das werden wir auch noch tun müssen. Da besteht gar kein Zweifel dran. Nur muss erst die rechtliche Voraussetzung geschaffen werden. Und das ist eine gesicherte Zukunftsperspektive. Muss im Aufsichtsrat, der zur Hälfte aus Gewerkschaftlern und zur Hälfte aus Stadträten besteht, müssen da nicht, ich sag's jetzt mal sehr provozierend, kompetentere Leute rein, die eben wirklich was von der Materie verstehen? Also der Aufsichtsrat hat nur empfehlende Befugnisse. Deswegen kann er gar nicht die Ursache der Probleme sein. Er kann schon verdammt viel Zeit totschlagen und hat das in der Vergangenheit gerne gemacht. Wir haben uns schon bei der ersten Aufsichtsratssitzung unter meiner Leitung wechselseitig versichert, dass wir die Arbeit konstruktiver und gestrafter durchführen müssen. Aber man soll die Verantwortung nicht beim Aufsichtsrat abladen, denn der hat gar nicht so viele Entscheidungskompetenzen. Wichtig ist, dass wir im gesamten Klinikum, das erfordert aber die Mitwirkung aller Chefärzte und aller Betriebsräte und natürlich der Geschäftsführung, den Kulturwechsel schaffen. Jetzt ist das Hauptziel die Sanierung, nicht die Besitzstandswahrung. Da die Entscheidungskompetenz ja ganz wichtig ist. Haben Sie natürlich recht, der Aufsichtsrat ist nicht die letzte Entscheidungsinstanz, es ist der Stadtrat. Und gibt das nicht denjenigen, die sagen, ich meine im Stadtrat sitzen ja nun auch nicht die kompetentesten Mediziner, dass man sagt, es müssen eben kompetente Leute sein und deshalb eben doch private Leute mit reinholen, die entscheiden, wie die Vorgänger abzulaufen haben. Selbstverständlich will ich so viel Kompetenz einbinden, wie verfügbar ist. Die nächste Kompetenz, die in den Lenkungskreis der Stadt aufgenommen wird, wird eine hochkarätige medizinische Kompetenz sein. Übrigens auf Vorschlag von Professor Hennis, der ja auch in der Geschäftsführung eine große medizinische Kompetenz einbringt. Das ist vollkommen richtig, aber vor allem geht es um den Mut zu unbequemen Entscheidungen. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand jemals Einsparungen von uns verlangt hätte. Keine politische Partei, keine Fraktion, kein Stadtteil hat gesagt, ich wüsste, wo man sparen kann. Alle haben bisher nur gesagt, wo man nicht sparen kann. Immer dann, wenn es am spannendsten wird, gehen die Sendungen zu Ende. Das war es jetzt. Das war es leider jetzt schon. Ich hätte noch viele Fragen. Herzlichen Dank, Herr Ude. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Beim nächsten Mal geht es weiter. Danke. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. Das war das Stadtgespräch mit Jörg von Hoven.